308 Wie soll das stärken nein das hat sich an der stärke macht und er will sich mit ihm das auch nicht mehr er will nicht hast du dann nächst du gelernt ist mir fast da mario kommt muss ich irgendwie heilen legen okay dann wollen wir weiter machen was meinst du dass dieser was was meinst du dass dieser schalter macht ich kann kein deutsch ja einfach mal so nichts geschieht warum schaust du so komisch mario aber ich weiß du willst dass ich hier sehe oder doch auf alle ich habe nicht rein ach wie viel mario die junge das wahrscheinlich der grünen schalter kontrolliert wohl den kran ich habe es nicht aufgeschafft bei den ganzen gegnern er hat mich erhilfe prinzessin schuldigung dass ich einfach weg schlicht oder was zu sagen ich wollte das alles wieder neu wird ich wollte ja ja das ist es alles was du mal ist auch die präsenten helft lohnt sich ich habe mitgenommen was ich tragen konnte was benötigst du und er soll ich das dann noch mal die kaufen ja ist klar ich habe bei dem und ab jetzt kaufen da mal weg mit dem kram jener auf jeden fall und hier aber leider kann ich keine mit dem kram jener auf jeden fall mit dem kram jener auf jeden fall mit dem kram jener auf jeden fall ich will das ist für dich das ist ja weggeschmissen haben ist er fast da kommt zeigt mir stehen ja du ist logisch noch mehr angestellt hier ist der bericht wir machen es nicht so ist so ich glaube nach dem kampf hier machen wir erst mal eine kurze pause und auch noch eine pause auch in einen stoppen nächstes mal werde ich auch gute arbeit umso härter wir arbeiten desto stärker wird die wochen die wir hier produzieren denkt mal daran wenn's mir viel marios mitgewinnen können wir tun was wir wollen jajaja hihihi nicht so schnell tauscht euch mal nicht ich beherrsche diese welt vergesst das nicht mario mech 2 und jahre 2 haben nicht aufgehalten nein das war ja doch um mich müsst euch sagen nicht um ihn mario du machst gleich den längsten schwung deines lebens ignoriert mich nicht du bist sowieso nicht in der partie mein freund bahn bahn da 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 da... oh ich hab's ja gerade gewehrt ja jetzt nun auch auf dem vor der web aber naja Was soll das? Ich darf nicht mehr Bomben. Das ist gefährlich. Das könnte mir ins Auge gehen. Ne. Bums. Und die Verlegung auch noch. Bam, bam. Und Schüss. Was? Oh, nee, ne? Dann legen wir halt erst hin. Das wäre natürlich da auf 10 mal Zeitpunkt im EPC vorhin, ne? Aber da ich das schon Löff 30 bin, miss. Abwehr. 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 Gut. Und Schüss. Das ist eigentlich die anderen Töne von der Fischungstelle. Ich glaube, ich stelle euch auf. Danke. Ähm, nun. Wie der Mond am Tag ist mein Genie über diese Trotten-Federplätze. Haha, wie süß. Pat, pat, pat. Ähm, nun. Hä, 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 Pause. Hahaha. Okay, ich würde es erstmal Schluss machen für heute. Bis jetzt das nächste Mal im Let's Play Super Mario RPG. Wenn wir es schon da alle angehen. Bis dann, Leute. Bis dann.